Der Jürgen, hier schön in der Thermik und da unten ist der Rudi, schöner Wald, vorne ist noch grün, Solarzelle und das Vario kreischt. Wenn man nicht erfriert, kann man heute noch lange fliegen. Halb eins. Drüben auf der anderen Mainseite ist Bestenheit, ist Baden-Württemberg schon. Hier unten ist Hasloch und da macht der Main etliche Schleifen hier. Jetzt sind wir mal wieder um, was die Kollegen machen. Noch mal ein paar Kollegen filmen. So ne schön, scheint schön. Ah, kalte Fingerspitzen muss halt mal in die Handtour hauchen. Oh. 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 Oh.